Ich freue mich sehr, euch ein Stück präsentieren zu dürfen, mit dem ich in Ungarn zu kleinem Ruhm gekommen bin, hierzulande nicht so, aber in Ungarn, das ist die Geschichte des ungarischen Bankräubers, Attila Ambrus, und über den ich eine Moritat geschrieben habe, die im Index-HU, das ist sowas wie Spiegel Online, tatsächlich drei Tage die Top-Meldung war, viele Jahre her, vielleicht weil das Stück etwas beschreibt, das wir alle gut nachvollziehen können. Ich wünsche uns gute Unterhaltung mit dem folgenden Stück. Dies ist die Geschichte von Attila Ambrus, Whiskyräume. Er stand im Kreis und getornet in den Liga durch Westen, das liegt im Ungarn, wo die ganze Geschichte spielt. Die Razzelle und ein Raumbus, der Geld und schnelle Autos, lieb und schönen Traum, und von meinem Traum. Vor der einzigen Jahren, da ging es der Mastok an den Kragen, da kam der goldene Westen, und die bunten Wagen, manche rumzulangreich. Wie der Amst ist heute schwer, auf Attila Schuze kommt, vom Tor aus dem Backholen, und so können sie nur ganz beitern. Herr Steffel, Herr Steffel, das heißt Herr Lebo, in der Jaffensche, geben Sie mir das Geld. Herr Steffel, Herr Steffel, das heißt Herr Lebo, geben Sie mir das Geld. Los, geben Sie mir das Geld, geben Sie mir das Geld. Vor jedem Überfall kam der kleine Whisky. Er wurde schnell als Whiskyräumer bekannt. Und er war immer nett und freundlich, alle die ganzen Gagelein. Er schenkte Blumen an, kassierte Kinder in seinen Überschwein. Und weil die meisten auf den Klappern, alle Banken sind verrückt. Er wunderten sie Attila, der in diese Suppe sprung. Und seine Fans tragen T-Shirts, worauf die Stiebe steht. Und ich liebe das Whisky-Rober, und Whisky-Rober, go for it! Whisky-Rober, go for it! Herr Steffel, Herr Steffel, das heißt Herr Lebo, geben Sie mir das Geld. Herr Steffel, Herr Steffel, das heißt Herr Lebo, geben Sie mir das Geld. Herr, mit dem Geld, los, gehen Sie, Herr, mit dem Geld. Und jetzt kommt Helmut, dein Solo. One, two, three, four. Die Steffel, Herr Steffel, das heißt Herr Lebo, geben Sie mir das Geld. Vielen Dank. Und dann Sri Shirt, der Baby. Als Tierfreund wurde er gefeiert, so ging es ab in die Perолод. Ja, so ging es ab in die Perconscious. Im Gefängnis fitter 카fer zu fünf, er schrieb sein erstes Buch. Ich, der Whisky-R LGB, kurze Nacht lang in die Flucht. Und was heute war fast klar, aber auch im Bankrawein mal ein Schielenkreis, Töten der König, 28 zu 1, 28 zu 1, 28 zu 1. Gerstchenfeld, Gerstchenfeld, das heißt Hände hoch, Jede Erwünsche geben sie mir das Geld um, Gerstchenfeld, Gerstchenfeld, das heißt Hände hoch, Jede Erwünsche, los, Herr, mit dem Geld, los, Herr, den Geld. Die Geschichte ist jetzt zu Ende, ich frag, ist das Ende gut? Er wurde schließlich doch geschnackt, gelandet aus Übermut, Bis vor ein paar Jahren saß er ins Gefängnis, Bis heute ein Vollzeit Nummer 1. Und sein Geheimnis, ich verrate es dir, ist irgendwie auch deins. Und sein Geheimnis, ich verrate es euch, ist irgendwie auch keins. Ja, ist irgendwie auch keins. Denn wie sagte der Ursprung, von dem wir so viel lernten, Der Wahnsinn wird Räuber ernten. Oh ja, wie sagt der Ursprung, von dem wir so viel lernten. Der Wahnsinn hat, oh oh oh, der Wahnsinn hat, oh oh oh, der Wahnsinn hat, Wir sind Räuber ernten, wir sind Räuber ernten, wir sind Räuber ernten. All right, danke.